Sie haben es aber auch nicht. Und, ähm, aus dem Grund habe ich ein kleines Liedschen geschrieben. Ja, Hilfe, er singt schon wieder. Und zwar auf einer Unterhaltung, die ich irgendwann mit, vermutlich, meiner kleinen Tochter haben werde. Äh, und zwar er kennt das Lied Junge von den Ärzten. Ja! Mein Lied, äh, heißt Medi. Ich bitte um, äh, die Karaoke-Version von Medi. Ich hoffe, es ist die Wichtung. Mitsingen ist erlaubt, ist erwünscht, dann hört ihr mich weniger. Ah! Mädel? 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 Warum bist du so nah? Schau dir doch Joko an! Joko an! Joko an! Eltern-Zeit, wenn du siehst in den Namen und bist es. Mädel! 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 Und wie du wieder aussiehst, keine Frage mehr haben, dein Piercing nur im Ort. Das soll die Dach am Tag des ganzen Tags überwerfen, denn du willst das Erreichen. Wie stellst du dir das vor? Das soll die Dach am Tag des ganzen Tags überwerfen, denn du willst das Erreichen. Mädel, Mädel, wie bricht deinem Vater nicht das Herz? Es ist noch nicht zu spät, dich als Kommt-Helfer anzuschreiben. Du hast dich doch früher so viel sterben geziert, wäre das nichts für dich. Dein Ei-Lebens kostet nicht mehr. Geht es noch nicht mehr. Du hast dich doch früher so viel zu beurteilen, denn du willst das Erreichen. Du hast dich doch früher so schwer so sein, und du hast dich doch früher so wahr. Die Sonne ist wie ein Sarf, wo er meine Sänge wie ein Warten nos doch sohge. Du hast, dein Schraubst, du hast, dein Schraubst, du hast, dein Schraubst, du hast, dein Schraubst! Du hast, dein Schraubst, dein Schraubst, du hast, dein Schraubst! Und immer deine Freunde, die können sie mal wieder sehen. Das ist ein Wartner, der 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 ist ein Wartner. Du kennst doch nicht einmal, ja, oi! Du kennst doch alle mal, die sind ein Wartner, der ist 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 ein Wartner. Stellt euch auf YouTube, komm doch auf YouTube! Lucia www.youtube.com slash JG Schneider Da zieht man auch einen Applaus von mir, für den ich mich nicht schäme. Im Grunde war es das meinerseits. Zugabe! Es gibt einen Song, den ich an der Hanami noch nicht singen konnte. Eigentlich hätte der perfekt zum letzten Programm gepasst, aber ich bin nicht dazu gekommen. Und zwar, im letzten Programm geht es ja darum, ja warum eigentlich? Ja, warum eigentlich? Keine Ahnung, nur Helfer. Frag die Orga! Wo ist die Orga? Keine Ahnung, ich bin nur Helfer! Genau, ihr kennt's noch. Und wie wir alle wissen? Gott weiß, ich will kein Helfer sein. Bitte die Karaoke-Version. Ich bin nicht ganz klar! Nein, das ist für mich ein freaking Zoom. Das ist für mich ein Schicksal! Das ist für mich ein Schicksal! Wo ist die Kerke? Das ist für mich ein Schicksal! Ich bin ganz klar! Wollen wir nicht verletzen? Wir sind Kampferat. Erst wenn die Orgaschnappe geht, kann man uns damit um das Geist. Er schüttelt die Welt und wir sind allein. Gott weiß, ich will kein Elfa sein. Sie stehen hinterm dringend bei. Prüfetage, Tickets, eins bis drei. Sie müssen Karaurke hören. Er schüttelt die Welt und wir sind allein. Erst wenn die Orgaschnappe geht, kann man uns in der Türme sehen. Das sind die Welt und wir sind allein. Gott weiß, ich will kein Elfa sein. 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 Danke.